Ja, ich stehe heute hier bei einer großen mittelständischen Firma, die Klebstoffe herstellt und die Inhaberin hat mir heute erklärt, wo ihre bürokratischen Hürden sind, von der Lieferkettengesetzgebung über Gefahrentransport, alles was damit behaftet ist. Und wir werden uns diese Sachen jetzt einmal genauer anschauen und versuchen auch hier in Anführungszeichen Lösungen zu finden. Aber man sieht, wie komplex unsere Welt geworden ist und wenn wir da immer noch eine Hürde drauflegen, da müssen wir einfach aufpassen, sonst gefährden wir auch solche Firmen, dass die sich weiterentwickeln können und ihrer Arbeit nachkommen.